In diesem Video möchte ich mit euch das Unternehmen und die Aktie von Rational analysieren. Das Unternehmen Rational ist ein sogenannter Hidden Champion, also ein versteckter Champion. Ein Unternehmen aus Deutschland, das viele nicht kennen, auch nicht allzu gross ist von der Marktkapitalisierung, aber eine bestimmte Nische einfach sehr stark dominiert. Und die Nische, das ist die Gastro-Branche und zwar beliefert man die Grossgastronomie mit äusserst professionellen Küchengeräten, von Steamern, von Kochgeräten allgemein und hat hier eine sehr gute Marktstellung in den letzten Jahren aufgebaut. Wenn dich ein solches Unternehmen interessiert, wenn du wissen willst, ob ein solcher Hidden Champion den Platz in deinem Portfolio finden sollte, dann schau dir dieses Video unbedingt an und bleib dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Wir fangen gleich an mit der Analyse und starten wie immer mit dem Vergleich der Aktie in den letzten Jahren. Und zwar habe ich dieses Mal einen Chart hier herausgesucht und zusammengestellt, wo wir das Unternehmen Rational mit seinem direkten Konkurrenten Elektrolux vergleichen und diesen Vergleich auch anstellen mit dem breiten Aktienmarkt, dem S&P 500. Also, was sehen wir hier? Über die letzten zehn Jahre inklusive Dividende hat Rational die Aktie von Rational eine Rendite von ca. 238% erzielt. Der breite Gesamtmarkt lediglich 165% Rendite, was natürlich immer noch gut ist. Aber mit Rational konnte man hier den Markt tatsächlich schlagen. Der Konkurrent aus Schweden, Elektrolux, hat hingegen nur 23% Rendite erzielt. Also, man hat hier deutlich Schwäche abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Wenn man sich jetzt das Ganze in den letzten fünf Jahren anschauen würde, würde man aber sehen, dass der S&P 500, also der Gesamtmarkt in den letzten fünf Jahren, etwas besser performt hat als beide Unternehmen zusammen. Weil halt, muss man ganz klar sagen, Rational hat in den letzten Jahren eine sehr starke Überbewertung an der Börse aufgebaut. Und die wurde jetzt halt im Jahr 2022 vor allem sehr stark abgebaut. Die Aktie ist stark gefallen und kommt jetzt wieder in einen Bereich rein, wo es vielleicht wirklich langsam interessant wird. Also, deshalb schauen wir uns jetzt mal an. Kleiner Überblick über das Unternehmen, über Rational. Mit was haben wir es zu tun? Wir haben einen Börsenwert von 7,6 Milliarden Euro. Also, kein kleines Unternehmen, aber auch nicht eines der grössten Unternehmen der Welt natürlich. Die Aktie hat im Jahresvergleich, also in den letzten zwölf Monaten, 9% zugelegt. Wir haben einen Umsatz erzielt im Jahr 2022 von ganz leicht über einer Milliarde Euro. Die Milliardengrenze wurde jetzt das erste Mal geknackt, was natürlich sehr erfreulich ist. Das Wachstum beim Umsatz in den letzten fünf Jahren lag bei 8,6%. Und da ist natürlich auch die ganze Pandemiesituation dabei. Also, da hat natürlich der Umsatz stark gelitten in der Gastrobranche. Und trotzdem hat man im Fünfjahreschnitt diese 8,6% geschafft. Der Jahresgewinn 2022 lag bei 186 Millionen Euro und konnte im Durchschnitt in den letzten fünf Jahren um knapp 7,98% zulegen. Da sehen wir dann auch, dass eben vor allem im Jahr 2020 der Gewinn sehr stark gelitten hat. Nichtsdestotrotz hat man hier eine durchschnittliche, sehr profitable Rendite erzielt. Also, rational, was macht man da überhaupt? Ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht von Geräten, die man herstellt. Das sind im Prinzip eben diese Steamer, diese Kombigarer. Und dann haben wir aber auch Grillgeräte, Kombigaräte, wo du quasi in einer Grossgastronomie, aber auch vielleicht in professionellen, kleineren Gastronomie-Küchen, einfach sehr effizient, energiesparend Gerichte herstellen kannst. Die Geräte sehen auch sehr hochwertig aus, wie man schon sieht. Die sehen nicht nur sehr hochwertig aus, die sind es auch. Die sind tendenziell sehr, sehr teuer. Also, private Küchen können sich in der Regel solche Geräte nicht leisten. Die sind wirklich eigentlich dafür ausgelegt, dass man möglichst schnell, aber auch qualitativ hochwertige Gerichte in den Gastronomien herstellen kann. Da sieht man mal ein Bild. Also, zumindest bei diesem Gerät hier, das ist der iVario Pro. Da hast du quasi einen Herd integriert, du hast einen Topf gleich integriert, du hast eine Pfanne, du hast eine Fritteuse, du hast einen Druckgarer. Also, du kannst hier einfach ganz viele Gerichte auf kleinster Fläche machen. Und das ist ja gerade bei Gastronomiebetrieben sehr wichtig. Man hat ja nicht unendlich viel Platz. Die Mieten sind teuer, gerade an den Toplagen. Und da macht es Sinn, wenn man Geräte hat, die sehr, sehr effizient sind, wo du sehr viel damit machen kannst, nicht viel Platz brauchst, die einfach zu bedienen sind. Gerade auch in Zeiten von Fachkräftemangel brauchst du in der Küche Geräte, die dir viel Arbeit abnehmen, vielleicht auch ein gewisses Know-how von Köchen abnimmt, wo du dann halt wieder flexibel deinen Betrieb organisieren kannst. Hier nochmal ein schönes Bild. Also, es sieht wirklich sehr Hightech-mäßig aus, sehr designorientiert auch die Produkte. Das sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Also, ihr könnt euch gerne auch auf der Webseite weitere Details anschauen. Ihr seht auch mal Videos zu den Produkten. Das hat man auf der Webseite sehr gut abgebildet, weil es ja immer wichtig ist, wenn du investierst in ein Unternehmen, gerade wenn du langfristig investierst, dass du auch weisst, was man hier produziert bei dem Unternehmen, was man macht. Und wenn man gleich ein gutes Gefühl hat und denkt, doch, die Produkte, die sind super und die haben auch einen Mehrwert, den sie bieten, dann ist es natürlich sehr wichtig, das zu erkennen. Du solltest nur in Unternehmen investieren, wo du auch dahinter stehen kannst, wo du auch verstehst, was man macht. Also, ich möchte euch jetzt noch eine kleine Zusammenfassung mitgeben zum ersten Halbjahr 2023. Ich habe mir den Geschäftsbericht angeschaut und möchte einfach die Highlights mitteilen. Also, die Geschäftsleitung war sehr zufrieden mit dem ersten Halbjahr. Man konnte eigentlich den Umsatz gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres um 23% steigern. Man hat auch einen schönen Gewinn erzielt. Die EBIT-Marge lag bei 24,3%. Die Dividende liegt auf einem Höchststand mit 13,5 Euro pro Aktie. Das ist aktuell ca. eine Dividendenrendite von 2%, die du da bekommst. Von dem her gesehen ist man da wirklich sehr zufrieden. Man sagt auch eben, dass die Auftragsbestände, die jetzt reingekommen sind, dass man da endlich mal Normalität reinbekommt. Man hat die zum grössten Teil abgearbeitet, weil es war halt einfach so, wir hatten diesen Corona-Schock. Viele Gastronomien, viele Betriebe haben die Bestellung bei Rational einfach mal auf Eis gelegt oder einfach gar nicht mehr nachbestellt. Und dann ist die ganze Pandemiesituation vielleicht doch ein bisschen schneller wieder, hat sich wieder aufgelöst, als man das fast befürchtet hat. Die Bestellungen sind wieder reingeprasselt bei Rational. Und man hat dann natürlich Mühe, solche Auftragsbestände auch in absehbarer Zeit abzuarbeiten. Das hat man jetzt aber geschafft. Deshalb ist jetzt auch das Ergebnis aktuell natürlich sehr gut. Muss man auch so berücksichtigen, dass das jetzt nicht das starke Wachstum nicht zustande gekommen ist, weil man jetzt einfach so stark in normalen Marktsituationen gewachsen ist, sondern es ist quasi noch so ein Aufholen von dem Tiefpunkt von Corona. Aber man ist jetzt eigentlich optimistisch, dass sich das wieder normalisieren wird und dass man jetzt für die nächsten Jahre wieder etwas präziser kalkulieren kann und sagen kann, wie das mit dem Wachstum weitergeht. Vielleicht noch wichtige Themen, die bei Rational anstehen, zusammengefasst. Also wir haben allgemein in der Branche Probleme mit Fachkräftemangel, wir haben Probleme mit hohen Energiekosten und die fordern die Gastronomie einfach heraus. Das ist jetzt natürlich im ersten Moment kritisch zu betrachten, wenn du Zulieferer bist für diese Branche. Du hast eine Branche, die stark strapaziert ist und du musst jetzt da mit hochpreisigen Produkten dich irgendwo positionieren. Das ist nicht so ganz einfach, aber bei Rational haben wir das tatsächlich sehr gut hinbekommen. Und man kann das Ganze halt einfach auch als Chance sehen, weil eben Fachkräftemangel, der wird wahrscheinlich auch bestehen bleiben. Also viel Personal aus der Gastrobranche ist jetzt abgewandert, die haben andere Berufe gefunden, sich gesucht während der Corona-Krise und die kommen jetzt auch nicht mehr zurück. Und wenn du hier natürlich quasi Geräte anbieten kannst, die einfach weniger Personal benötigen oder weniger gut ausgebildetes Personal benötigen, hast du natürlich mittel- bis langfristig wieder einen enormen Vorteil. Und da sind wir eigentlich mit Rational in diesem Bereich drin. Da kommt auch das Thema künstliche Intelligenz immer mehr mit rein, da kommt das Thema Automatisierung mit rein, Digitalisierung in den Geräten, wo einfach sehr viel, ja gar nicht mehr so viel Personal benötigt wird in der Küche, wie man das früher vielleicht gehabt hat. Und trotzdem eine sehr ansprechende Qualität bei den Gerichten hinbekommen kann. Also Risiko zwar auf der einen Seite, Problem, aber aus diesem Problem kann man eine Chance kreieren. Dann haben wir einfach zusammengefasst von der Geschäftsleitung, dass man davon ausgeht, dass im Jahr 2023 das Weltwirtschaftswachstum bei etwa 3% liegen wird. Das ist natürlich aktuell sehr schwierig zu sagen, aber man geht tatsächlich noch von einem Wachstum aus. Das ist jetzt nicht vom Umsatz von Rational, sondern von der Weltwirtschaft betrachtet. Dann, wie bereits angetönt, eben der hohe Auftragsbestand, der sogenannte Backlog, der wurde abgebaut. Man geht jetzt fürs dritte und auch fürs vierte Quartal davon aus, dass sich das normalisiert. Dass wir wieder auf einen normalen Niveau zurückkommen und gehen somit auf einen gleichbleibenden hohen Umsatzerlösen in den nächsten beiden Quartalen aus. Also man kann es nicht davon ausgehen, dass jetzt hier nochmal ein Top-Ergebnis kommt, ein Top-Quartal, sondern das bleibt auf hohem Niveau wahrscheinlich eher ein bisschen konstant. Dann sehen wir aber auch, dass Rational vor allem in Europa und in Deutschland sehr stark positioniert ist. Aber man wächst auch immer mehr in den USA und auch in den asiatischen Märkten. Und vor allem der Bereich USA, der ist aktuell so ein Wachstumstreiber und da ist man auch nach wie vor optimistisch und euphorisch. Sieht aber auch nach und nach in China, dass sie Erholung zunimmt. Und das vielleicht einfach so als Zusammenfassung vom ersten Halbjahr. Dann die Prognosen für das Gesamtjahr 2023. Ich fasse mich hier kurz. Wir haben im ersten Halbjahr Sondereffekte gehabt aufgrund des Backlogs. Der Abbau des hohen Auftragsbestand ist zum grössten Teil vollzogen. Das heisst, man geht davon aus, dass die Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr leicht unter denen des ersten Halbjahres liegen, ist aber nicht problematisch wegen dem jetzt erwähnten Sondereffekt. Die Wachstumsprognosen, die liegen weiterhin im hohen einstellenden Prozentbereich. Und man geht aber auch davon aus, dass im Jahr 2023 vielleicht die Marge etwas zurückgehen wird, weil man einfach mehr investieren will im Bereich Vertrieb. Man will hier einfach nochmal stärker wachsen. Man will seine Standorte im internationalen Bereich etwas stärker ausbauen. Da muss man natürlich investieren. Das drückt natürlich im ersten Moment auf den Gewinn. Aber man muss hier als Langfristinvestor das ganze Bild im Auge behalten. Wir haben vielleicht kurzfristig dann kleinere Margen, vielleicht auch den Gewinn, der nicht so stark wächst. Aber das kommt natürlich langfristig dem Unternehmen zugute. Also wir haben natürlich auch gewisse Risiken oder gewisse Herausforderungen mit Fremdwährungen. Wir kennen es, wenn wir aus Europa oder auch aus der Schweiz exportieren ins Ausland, haben wir natürlich gewisse Währungsthemen, die aktuell gegen uns spielen. Das drückt natürlich auch ein bisschen auf die Marge. Aber das sind auch keine operativen Problematiken. Notfalls kann man sich hier auch ein Stück weit absichern. Das wird man bestimmt auch machen, aber das kostet natürlich auch wieder. Und das drückt ein bisschen auf die Gewinnmarge. Insgesamt erwarten wir für das Geschäftsjahr 2023, dass die operativen Kosten überproportional zu den Umsatzerlösen wachsen. Also die Kosten steigen an, die Umsätze zwar auch, aber die Kosten werden mehr ansteigen als der Umsatz. Was bedeutet, dass die Margen tendenziell ein bisschen rückläufig sein werden? Aber sehe ich jetzt nicht allzu problematisch an. Okay, das zum Ausblick zu den Zielen, zu den Erwartungen. Jetzt gehen wir wieder rein ins aktuelle Geschehen. Rational-Aktionärstruktur. Das ist jetzt hier sehr ausserordentlich zu erwähnen. Und zwar haben wir mit Rational eigentlich ein Familienunternehmen, wieder aus Deutschland. Also der grösste Teil des Unternehmens liegt tatsächlich noch in der Gründerfamilie, in der Hand der Gründerfamilie, die Nachkommen der Gründerfamilie. Wir sehen hier Ulrike Meister, sie hält etwa 16 Prozent. Gabriela Meister, auch etwa 16 Prozent. Franziska Würbser, auch etwa 16 Prozent. Walter Kurz, er hält etwa 8 Prozent des Unternehmens. Also ihr seht schon, das ist nicht wie bei den grossen Unternehmen hier, die grossen Investmentfirmen, die die grossen Anteile halten, sondern das sind Privatpersonen. Das ist wirklich ein Familienkonzern, ein Familienbetrieb, der weitergeführt wird. Und das finde ich schon immer sehr interessant, finde ich immer attraktiv. Das ist tatsächlich auch in gewissen Studien so belegt, dass Unternehmen, die noch in den Händen der Gründer liegen oder der Gründerfamilie, dass sie tendenziell ein bisschen langfristig besser abschneiden, weil man halt vielleicht nicht kurzfristig gewinnorientiert ist, sondern eher langfristig denkt. Und das kommt einem Unternehmen meistens zugute. Wir sehen aber auch einen norwegischen Staatsfonds, der hier investiert. Der grösste Staatsfonds der Welt, meines Wissens. Oder zumindest einer der drei grössten. Und das ist auch immer ein Zeichen, dass man hier, man investiert hier tendenziell auch nur in Qualitätsunternehmen. Und das gibt einem auch nochmal ein gutes Gefühl dabei. Also, wer sitzt an der Spitze? Das ist Peter Stadelmann. Er hat in der Schweiz an der Universität St. Gallen studiert und ist jetzt seit Januar 2014 an der Spitze von Rational. Allzu viel gibt es sonst nicht, über ihn zu berichten. Auch punkto Anteile. Was er an Rational hält, ist auf eine schnelle Recherche nicht herauszufinden. Das ist bestimmt kein allzu grosser Anteil. Er wird natürlich bestimmten Anteil seines Lohns auch in Aktien bekommen. Das denke ich schon. Aber das scheint jetzt hier nicht allzu grosse Summen zu sein. Also, wie sieht es mit der Umsatzentwicklung aus von Rational? Wir sehen jetzt hier, gehen wir mal zehn Jahre zurück. 2012 hat das Unternehmen noch 435 Millionen Umsatz erzielt. Jetzt haben wir die Milliardenmarke geknappt, also mehr als verdoppelt innerhalb von zehn Jahren. Also, sehr starkes Wachstum, das wir hier sehen. Wir sehen aber auch, dass jetzt hier von 2019 auf 2020 der Umsatz stark zurückgegangen ist. Von 844 Millionen Euro auf 650 Millionen Euro. Das ist natürlich der Rückgang aufgrund der Corona-Situation. Wobei man sagen muss, aufgrund dieses extremen Sonderereignisses hätte man auch mehr erwarten können, dass der Umsatz noch mehr zurückgeht. Und man hat sich jetzt zwei, drei Jahre später bereits wieder extrem erholt. Man muss eigentlich sagen, man kann diese ganze Corona-Thematik eigentlich mehr oder weniger ausblenden. Und das Wachstum wäre einfach so weitergegangen, weil wir jetzt aktuell einfach schon wieder so ein tolles Rekordergebnis haben. Also, wie verteilt sich denn der Umsatz regional? Wir haben schon festgestellt, der grösste Teil wird in Europa des Umsatzes erzielt. Also, etwa 43 Prozent in Europa, exklusiv Deutschland. In Deutschland alleine sind das etwa 12 Prozent. Also, somit mehr als die Hälfte wird in Europa erzielt. Dann haben wir den amerikanischen Markt mit etwa 22 Prozent Umsatzanteil. Und dann haben wir noch den asiatischen Raum mit 12 Prozent. Und der kleine Rest verteilt sich dann auf andere Bereiche der Welt. Also, wir sehen aktuell noch ein sehr starkes, starker Fokus auf Europa. Aber wir sehen auch, wenn wir uns das anschauen, gerade bei den USA, die Umsatzentwicklung, scheinen Sie an, North America. 2016 waren das noch etwa 20 Millionen Umsatz. Jetzt sind wir hier schon bei dem Zehnfachen, 221 Millionen Umsatz. Und das Wachstum ist natürlich hier sehr stark. Also, wir sehen eigentlich, der Anteil des Umsatzes prozentual betrachtet steigt in den USA sehr stark an. Und hier ist noch sehr viel zu holen. Also, ein Grossteil des Wachstums in den USA. Das ist sicher spannend. Aber auch der asiatische Raum, der wächst nicht ganz so dynamisch wie die USA, aber der wächst weiter. Auch während Corona hat man hier natürlich einen Rückgang erlitten, ganz klar. Aber der war nicht so heftig, wie man das vielleicht erwartet hätte. Also, grundsätzlich schönes Wachstum. Weiterhin, die Corona-Situation scheint ein Grossteil verdaut zu sein. Man befindet sich hier überall wieder auf Rekordergebnissen, Rekordumsatzzahlen. Das ist natürlich sehr schön zu sehen. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Prognosen, punkto Umsatz. Und da sehen wir eben, dass wir in 2022 die Milliardengrenze geknackt haben. 2023 sollen das bereits 1,1 Milliarden sein. Und so soll das eigentlich weitergehen mit dem Umsatzwachstum. Umsatzwachstum nicht mehr ganz so dynamisch, wie wir das vielleicht in den letzten Jahren hatten. Aber durchaus noch in einem schönen Bereich. Also, jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Margensituation. Wir sehen die Marge per Ende 2022, eine operative Marge von 23 Prozent, eine Nettomarge etwa 18 Prozent. Das sind an sich schon sehr gute Werte für ein produzierendes Unternehmen. Ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass die Produkte sehr hochpreisig sind, dass da natürlich dann auch was hängen bleibt. Also, man ist nicht Kostenführer, sondern man ist eigentlich Qualitätsführer, Innovationsführer und hat durch das natürlich auch quasi hohe Margen. Kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen wie das Apple der Grossgastronomie, wenn man so will. Aber wir sehen auch, dass die Margen tendenziell nicht mehr steigen. Die sind jetzt eigentlich in den letzten Jahrzehnten sogar ganz leicht rückläufig gewesen. Ist natürlich so, dass man nicht der einzige Anbieter ist. Die Konkurrenz, die schläft nicht. Aber durch das, dass wir die Umsätze stark steigen konnten, bleibt dann natürlich auch mehr Gewinn übrig. Die Prognosen jetzt für die nächsten Jahre sollen auch etwa gleich bleiben. Man geht jetzt zunächst mal für das Jahr 2023 mit einem kleinen Rückgang zurück. Die Gründe haben wir ja anfangs angeschaut. Danach soll sich das aber wieder einpendeln auf die Vorjahressituation. So um die 18 bis 20 Prozent Nettomarge, die sind da wahrscheinlich so auch in den nächsten Jahren noch realistisch. Also die Gewinnentwicklung, EBIT, auch da ganz schön zu sehen. 2012 waren es noch 130 Millionen, jetzt sind wir bei 268 Millionen. Also auch da eine Verdopplung des Gewinns vor Steuern, vor Abschreibungen, vor Zinsen etc. Aber da sehen wir ganz klar, Corona 2020, da ist der Gewinn fast um die Hälfte eingebrochen. Das hat natürlich ordentlich geschmerzt, ganz klar. Da hat man jetzt auch zwei, drei Jahre wieder gebraucht, um hier wieder auf neues Rekordergebnis zu kommen. Aber auch das zeigt einfach eine schöne Stärke beim Unternehmen. Dass du in so einer Extremsituation drei Jahre später schon wieder stärker dastehst als noch vor der Krise. Das ist für mich ein absolutes Qualitätszeichen. Die Prognosenpunkte Gewinn pro Aktie sind auch positiv. 2022 haben wir hier 16,30 Euro pro Aktie Gewinn erzielt. Und im Jahr 2021 sollen das bereits über 17 Euro sein und die nächsten Jahre sollen dann auch anziehen. Fürs Jahr 2026 prognostiziert man dann einen kleinen Rückgang. Das sind aber halt auch saisonale Bedingungen, also gewisse Aspekte, wo man dann sagt, hey, der Markt ist dann vielleicht temporär ein bisschen gesättigt. Und das sind immer so gewisse Schübe, die dann stattfinden. Muss man auch aufpassen, wenn man zu weit in die Zukunft schaut. Aufgrund der Analystenschätzungen, das sind dann oftmals einfach so ein bisschen Pi mal der Haumen, wo man da hingeht. Aber die nächsten zwei, drei Jahre, die sind sicher relevant. Und da sehen wir ein weites Wachstum beim Gewinn. Wenn wir uns den Gewinnfluss anschauen von Rational, also wo bleiben dann hier die ganzen Kosten hängen? Dann sehen wir folgendes Bild. Das ist natürlich der grosse Kostenblock, der fällt im Bereich Material- und Lohnkosten an. Das ist ganz typisch für ein Industrieunternehmen, produzierendes Unternehmen. Aber wir haben trotzdem, der grösste Teil des Umsatzes bleibt dann auch als Bruttogewinn übrig. Das ist schon mal sehr, sehr stark für diesen Bereich. Dann haben wir sehr viel, wo wir investieren in den Bereich Vertrieb und Marketing. Das sind jetzt hier per Ende 2022 etwa 280 Millionen Euro, die man in Marketing investiert. Also das ist enorm. Das ist wirklich eine grosse Zahl. Und da muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich eine Investition in die Zukunft. Und wenn man jetzt rein auf die kurzfristige Profitabilität schauen würde, könnte man hier natürlich dann das Ganze auch zurückfahren und hätte natürlich auf einen Schlag wesentlich mehr Gewinn. Aber das macht ja keinen Sinn. Und das ist vielleicht auch genau der Punkt, weshalb Familienunternehmen halt langfristig denken und ins Wachstum investieren. Und ja, das hat sich bis jetzt sehr gut ausgezahlt. Danach fallen natürlich hier noch gewisse Zinsen, Steuern an. Aber schlussendlich sind dann hier diese 186 Millionen Euro an Nettogewinn übrig geblieben. Also hier seht ihr einfach mal, wie die Kostenstruktur aussieht, wo man theoretisch einsparen könnte, wo das den meisten Kosten hängen bleiben. Das ist vielleicht mal ganz interessant. Also kommen wir auf das Thema Dividende. Für viele von euch sicher sehr interessant. Wir haben aktuell eine Dividendenrendite bei Rational von 2%. Wir haben eine Ausschüttungsquote per Ende 2022 von 61%. Also mehr als etwa 60% des Gewinns, den man erzielt, schütte man direkt an seine Aktionäre aus. Das ist noch eine Zahl, die ist absolut noch im grünen Bereich. Wobei man sagen muss, dass in den letzten Jahren hat das immer so ein bisschen geschwankt zwischen 60, 70, vielleicht auch mal knapp 80%, was dann schon eher das Limit ist. Aber für die nächsten Jahre wird so eine Ausschüttungsquote von etwa zwischen 60 und 70% angepeilt, was absolut noch verkraftbar ist. Dann hat man immer noch genug Gewinn auf der Seite, um weiter wachsen zu können. Und was wir einfach danach noch schauen werden, wir haben fast keine Schulden. Deshalb muss man hier auch nicht allzu viel Gewinn auf die Seite legen, um die Schulden vielleicht zu tilgen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Da kann man natürlich mehr vom Gewinn ausschütten. Der Zuwachs bei der Dividende auf fünf Jahre lag bei etwa 5% pro Jahr. Es ist kein extremes Wachstum, hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich während Corona die Dividende auch stark gekürzt haben. Macht natürlich auch Sinn, wenn wir so ein Extremereignis haben, dass wir hier nicht einfach sagen, wir schütten mehr aus, als wir eigentlich einnehmen. Dann finde ich das eigentlich unternehmerisch sehr, sehr sinnvoll, wenn man da die Dividende auch mal aussetzt oder zurückfährt. Wobei ausgesetzt hat man sie nicht. Man zahlt seit mehr als 20 Jahren kontinuierlich eine Dividende. Aber die schwankt natürlich. Also du hast hier kein Unternehmen, wo du jetzt immer sagen kannst, hey, ich habe jetzt seit 25 Jahren eine schöne Steigerung der Dividende. Sondern es kann auch mal sein, dass die Dividende sehr stark gekürzt wird. Es kann auch mal sein, dass eine zusätzliche Sonderdividende ausgeschüttet wird. Also es ist nicht so ganz klar kalkulierbar, aber nichtsdestotrotz haben wir eine schöne Historie und aktuell 2% Dividende ist auch schon ganz ordentlich. Also gehen wir aufs Thema Bilanz und Verschuldung ein bei Rational. Da sehen wir ein unglaublich solides Bild, wirklich unglaublich solide. Wir haben, wenn man sich das vorstellt, ein Kernvermögen, ein Gesamtvermögen. Das liegt, ich sehe es jetzt hier nicht genau, das liegt wahrscheinlich irgendwo bei 800, 850 Millionen Euro. Und davon sind lediglich 19 Millionen Euro Schulden, auf die man Zinsen zahlen muss. Also wir sind mehr oder weniger schuldenfrei. Die Schuldenquote verzinst lediglich 2%. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben einen Free Cashflow von 133 Millionen Euro. Und das in Verbindung mit diesen Schulden, dann haben wir eine Tilgungskraft basierend auf dem Free Cashflow von 0,1 Jahren. Also in ein, zwei Monaten könnte man aus dem Free Cashflow seine Schulden komplett zurückbezahlen, auf die man Zinsen zahlen muss. Das ist eine unglaublich komfortable Ausgangssituation. Und erlaubt dem Unternehmen natürlich, wenn man Chancen erkennt, wenn man schnell wachsen will in einem Bereich, könnte man seine Schulden natürlich noch extrem stark aufstocken und wäre immer noch in einem grünen Bereich. Und gerade wenn man vielleicht im Ausland plötzlich Chancen sieht, schnell wachsen will, hat das Unternehmen die besten Voraussetzungen, hier Gas zu geben. Wir haben auch ein Kernvermögen, ein Cashwertpapier über viele hunderte Millionen, wo man auch noch Puffe hat. Also das ist wirklich grundsolide. Die Schuldenquote ist sogar rückläufig. Also wirklich, das gefällt mir unglaublich gut bei Rational und lässt wirklich Raum für viele Chancen. Aktienrückkäufe finden nicht statt bei Rational. Die haben das letzte Mal stattgefunden in einem ganz bescheidenen Rahmen im Jahr 2006. Seitdem ist eigentlich hier nicht viel passiert. Was meinen die Analysten zur Aktie von Rational? Wir haben hier eine sehr durchzogene Bilanz. Die meisten Analysten empfehlen, die Aktie einfach zu halten, wenn man dann bereits investiert ist, dass man hier nicht grossen Handlungsbedarf braucht. Drei Analysten raten die Aktie zu einem starken Kauf und drei Analysten empfehlen, die Aktie zu verkaufen. Im Durchschnitt haben wir ein Kursziel für die letzten zwölf Monate von eigentlich einer Nullsumme. Also ein Prozent, ein halbes Prozent, dass man hier der Aktie noch zuschreibt. Aber da muss man einfach gut aufpassen bei diesen Kurszielen von Analysten. Das ist oftmals, würde ich da nicht so viel Wert drauflegen. Ich würde einfach aufpassen, wenn ich hier sehe, dass hier viele Verkaufsempfehlungen sind. Da muss man mal genauer hinschauen, was der Grund dafür sein könnte. Vielleicht kann man das zusammenfassen. Es herrscht Uneinigkeit am Markt, man ist sich unsicher. Man will vielleicht zunächst mal sehen, entwickelt sich das Unternehmen auch nachhaltig jetzt mit der vielleicht mit der sinkenden Margensituation. Ist das ein temporärer Effekt? Ist das ein Problem, das in den nächsten Jahren bestehen bleibt? Deshalb vielleicht eine gewisse Unsicherheit. Deshalb machen wir uns vielleicht mal ein eigenes Bild und schauen uns mal den fairen Wert an von Rational, gemessen am bereinigten KGV, aber auch am Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und da sehen wir auch bei beiden Kennzahlen attraktive Werte. Also wenn wir jetzt anschauen, das bereinigte KGV der letzten zehn Jahre lag ungefähr bei 40. Wir sind jetzt bei 41. Stand heute, vielleicht aktualisiert, sind wir sogar vielleicht auf diesem 40er KGV. Also das heisst, wir sind hier eigentlich fair bewertet. Bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis sind wir sogar unter dem historischen Wert. Das lag in den letzten zehn Jahren bei stolzen 7,8. Jetzt sind wir bei 6,8. Also hier eigentlich auch gute Werte. Auch von der Dividendenrendite her sind wir eigentlich in einem guten Bereich. Also du kriegst aktuell mehr Dividende als im Durchschnitt in den letzten zehn Jahren. Also von dem her gesehen sind das gute Werte, gute Bewertungskennzahlen. Wir sehen natürlich auch, dass die Aktie gerade zwischen 2021 und 2022 eine sehr starke Überbewertung aufgebaut hat. Wir hatten da teilweise KGVs von 70, 80, je nachdem wie man das berechnet. Das waren dann wirklich sehr, sehr euphorische Erwartungen vorhanden. Und dann kam natürlich die Corona-Situation. Und das hat dann wirklich der ganzen Wachstumsfantasie einfach das Genick gebrochen. Die Überbewertung wurde stark abgebaut, teilweise sogar etwas zu stark, hat sich hier eine Unterbewertung auch kurzfristig entwickelt. Diese Unterbewertung, muss man ehrlicherweise sagen, wurde jetzt aber auch schon wieder abgebaut im positiven Sinne. Also der Aktienkurs ist da stark gestiegen, hat sich stark wieder erholt und befindet sich jetzt einfach in einem relativ fairen Bereich. Kann man so vielleicht kurz fassen. Ein theoretisches Renditepotenzial über die nächsten Jahre hätte man jetzt ungefähr, je nachdem an welcher Kennzahl man sich orientiert, zwischen 9 und 11% pro Jahr, inklusive Dividende. Also man hätte sicher ein überproportionales Renditepotenzial, wenn man das Ganze mit dem DAX vergleicht. Oder auch mit einem S&P 500 hätte man wirklich die Chance, hier auch den breiten Markt vielleicht etwas zu schlagen. Ganz kurzer Unterbruch, ich will dich nur kurz darauf aufmerksam machen, dass ich aktuell noch kostenlose 1 zu 1 Sessions vergebe, wo wir uns zusammen deine Situation mit Aktien an der Börse anschauen. Schau einfach vorbei auf www.matthiaschristen.com, melde dich an für ein kostenloses Beratungsgespräch. Da nehme ich gerne Kontakt mit dir auf und wir schauen uns an, wo du stehst, welche Strategie du dir zurechtgelegt hast. Und ich challenge dich mal und schaue mal, ob diese Strategie für dich auch wirklich Sinn macht oder ob hier grosse Risiken und Gefahren bei dir vorherrschen. Also, nimm dieses Angebot wahr, solange es gültig ist. Du kannst nur profitieren. Melde dich bei mir. Vielen Dank. Jetzt geht es weiter mit dem Video. Also, jetzt gehen wir aber in die Chartanalyse rein und schauen uns das Ganze mal aus dieser charttechnischen Perspektive an. Wir sehen jetzt hier einen langfristigen Trendkanal, wo die Aktie von Rational sich bewegt hat. Seit Ende der Finanzkrise 2009 hat man sich hier in diesem Korridor entwickelt und ist jetzt eigentlich erst aufgrund des letzten Abverkaufs kurzfristig hier unten durchgerauscht, hat sich dann aber sehr schnell wieder in diesem Korridor zurückbewegt. Und wir befinden uns jetzt eigentlich eher in diesem unteren Bereich, was jetzt vielleicht einfach aus dem ersten Blick gar nicht so uninteressant sein könnte. Wenn wir uns das jetzt aus der näheren Perspektive betrachten, dann sehen wir folgendes Bild. Wir hatten eben diesen Abverkauf gerade im Jahr 2020. Die Aktie hat sehr stark verloren, hat sich jetzt aber seit Oktober 2022 eigentlich wieder angefangen zu erholen und befinden uns seitdem eigentlich in einem ersten kurzfristigen Aufwärtstrend. Wir sehen jetzt hier immer wieder höhere Hochs und aber auch höhere Tiefpunkte. Also, der Aufwärtstrend ist intakt im Prinzip, wenn man so will, seit eben Oktober 2022. Und was wir aber sehen, ist da oben in diesem Bereich um die 700 Euro. So, sehen wir so eine gewisse Widerstandszone, wo der Aktienkurs immer wieder versucht hat auszubrechen. Zuletzt jetzt hier auch im Mai 2023 ist es danach wieder zurückgefallen. Und jetzt wird es einfach interessant, was hier passiert. Wir sehen eben einen kurzfristigen Aufwärtstrend, der auf diesen Widerstand stösst. Im Prinzip sind die Chancen sicher da, dass wir diesen Widerstand durchstoßen. Aber man sollte das einfach beobachten. Ist natürlich sehr entscheidend, was du für eine Strategie fährst. Wenn du kurzfristiger Investor bist, Trader bist, dann sollte man solche Widerstände wirklich mit Vorsicht beachten und sollte zunächst mal erwarten, dass diese auch durchbrochen werden, bevor man einsteigt. Wenn du langfristiger Investor bist und dein Investment auch in mehrere Tragen aufteilen kannst, vielleicht sogar in einen Sparplan, was auch immer, dann ist das Ganze natürlich nicht mehr so entscheidend, welchen Zeitpunkt du erwischst, weil wir aktuell schon relativ fair bewertet sind. Aber eben, je kurzfristiger du handelst, sage ich immer wieder, auch bei meinen Trainings, wird die technische Analyse umso relevanter, weil du halt einfach sofort reagieren musst, was im Markt passiert. Und deshalb ist es auch wichtig für mich, dass ich das in dieser Analyse zeige, die Chartanalyse, weil ich ja nicht weiss, wer schaut sich diese Analyse an. Ist das ein langfristiger Investor, der die Aktie über viele Monate, Jahre halten will, oder ist das jemand, der die Aktie nur über ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monate halten will. Und somit ist vielleicht diese Einschätzung auch noch wichtig. Also, Fazit zu rational, das Ganze ist keine Anlageberatung. Das ist lediglich meine persönliche Meinung. Du musst immer selbst in der Lage sein, eine Meinung zu bilden zu einer Aktie. Du musst verstehen, wie man herausfindet, ob die Aktie zu deinem Portfolio passt, zu deinem Risikomanagement passt, zu deiner Diversifikation passt. Ansonsten macht es keinen Sinn, einfach irgendwas zu übernehmen. Wenn jemand etwas erzählt, das ist mir ganz wichtig zu sagen, lerne wirklich selbst, Verantwortung für deine Investitionsentscheidung zu übernehmen. Wenn du das lernen willst, du weisst, wo du mich findest, unter www.matthiaschristen.com, kannst du dich mal bei mir melden, dann schauen wir uns mal an, wo du stehst. Also, Fazit. Wir haben eine außerordentlich gesunde Bilanz bei Rational. Wir sehen ein starkes Wachstum, insbesondere in den USA. Ja, eben dieser Rückgang wegen Corona konnte schon sehr gut wieder behoben werden. Wir sehen eine unglaublich hohe Tilgungskraft. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir mehr oder weniger schuldenfrei sind, was die verzinsten Schulden anbelangt. Das ist natürlich sehr, sehr positiv herauszustreichen. Wir haben eigentlich eine Wachstumsstrategie, aber auch eine konstante Dividendenpolitik bei Rational. Die Dividende ist zwar nicht immer fix, es ist nicht so, dass sie sich jedes Jahr erhöht. Die schwankt mit dem Verlauf des Unternehmens. Das ist auch sehr eine gesunde Strategie, meiner Meinung nach. Aber wir setzen auf Wachstum. Wir haben eine hohe Bewertung bei der Aktie, ganz klar. Aber die Bewertung ist auch gerechtfertigt. Wir haben wirklich einen hohen Burggraben. Wir haben eine gute Marktstellung in der Branche. Die Produkte kommen sehr gut an. Die sind qualitativ sehr hochwertig. Und da muss man einfach sagen, wenn man so ein gutes, positioniertes Unternehmen hat, das nach Potenzial hat, ist natürlich auch die Bewertung entsprechend höher angesetzt, als jetzt bei Unternehmen wie Nestle, wo du einfach weißt, das Unternehmen wird wahrscheinlich Mühe haben, über lange Zeit wirklich zweistellig vom Umsatz, vom Gewinn wachsen zu können. Also somit die jüngsten Kursrücksetzer, die bieten sich auch Chancen. Es ist einfach die Frage, was du für eine Strategie fährst, wo sicherst du dich ab, was du dein Risikomanagement hast. Das muss dir einfach bewusst sein. Negativ zu bewerten ist für mich einfach die Gastro-Branche. Die leidet natürlich immer noch stark unter den Nachwirkungen der Pandemie, muss man einfach so sagen. Wir haben auch einen Fachkräftemangel in der Branche, was vielleicht auch Investitionsentscheidungen eher etwas hemmen. Aber das kann wirklich langfristig auch eine Chance für rational sein, wie ich das bereits erwähnt habe. Man kann durch hochentwickelte Produkte, die weniger Personal benötigen, seine Kunden schneller bedienen, mehr Energie einsparen. Und somit setzt man eigentlich auf diesen Trend, auf diese Probleme und kann dagegen wirken und somit eigentlich auch ein Produkt im Markt positionieren, das sehr, sehr gefragt ist. Die Margen sind tendenziell eher leicht rückläufig. Man geht davon aus, dass über nächstes Jahr dann im Prinzip oder nächstes Jahr, dann per Ende nächstes Jahr, sich die Margen wieder halten sollen. Auf einem gesunden Niveau ist aber nicht problematisch. Wir sehen keinen extremen Rückgang, ist wirklich nur auf hohem Niveau gesprochen. Und wir sind immer noch auf einem Level, das attraktiv ist. Die hohen Erwartungen und das Wachstum müssen natürlich bei dieser Bewertung auch erfüllt werden. Also wenn du natürlich solche KGV siehst im Prinzip und wie wir das Unternehmen in der Vergangenheit gesehen haben, wie es gewachsen ist, ist das auch okay. Wenn jetzt das Wachstum natürlich stark nachlassen sollte, dann ist diese Bewertung auch nicht mehr gerechtfertigt. Und das muss man somit auch für sich im Auge behalten, wenn man hier in solche Unternehmen investiert, dass man in gewissen Abständen alle paar Monate mal schaut, hey, wie sieht das aus, wie sieht das Wachstum aus, kann man das einhalten, wenn man sieht, dass das nachlässt, dass man immer mehr Probleme sieht. Dann muss man natürlich damit rechnen, dass dann auch die Bewertung zurückgeht und dass man darauf dann natürlich auch reagieren muss. Also, das war es zu meiner Analyse. Wenn dir die Analyse gefallen hat, wäre ich dir dankbar, wenn du mir ein Like dalässt, wenn du meinen Kanal abonnierst. Es kommen immer wieder laufend neue solche Analysen und allgemeine Themen zu Börse, Vermögensaufbau. Und schreib mir doch bitte auch in die Kommentare rein, was du von Rational hältst. Bist du bereits investiert? Hast du das vor? Würde mich sehr interessieren. Und wenn du lernen willst, wie du an der Börse erfolgreich langfristig dein Geld anlegen kannst, dann schau vorbei. Ich habe aktuell noch das Angebot, dass du bei mir eine gratis 1 zu 1 Session buchen kannst. Dann können wir uns mal eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde zusammensetzen und anscheinend, wo du stehst. Du kannst mich genau fragen, alle Fragen, die du hast zum Thema Aktien, Börse. Wie geht man am besten vor? Wenn du bereits eine Strategie hast, kannst du mir die mal präsentieren. Dann schaue ich mal drüber. Er kann dir noch Inputs mitgeben. Und kann dir vielleicht sogar hier weiterhelfen, dass du wirklich langfristig das Optimum aus der Geldanlage an der Börse rausholen kannst. Also, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Matthias Christen.